So Leute, willkommen zurück zu Demon Digital Card Battle. Wir haben im letzten Part hier die Feuer Arena geschafft und als nächstes wäre ja der Dschungel dran. Da müssen wir jetzt mal gucken. Hier gibt es eine extra Arena, genau. Aber was ich jetzt als erstes mal machen will, bevor ich das wieder vergesse, und ich hatte es bis eben wieder vergessen nach dem letzten Part, ist, dass ich mal unser Deck anpasse. So, die Meramon waren ja zum Beispiel hauptsächlich drin, weil ich keine Supporter benutzen durfte. Ja, Supportkarten. Das will ich jetzt einfach mal ändern. Beide Spielerkreis ist Quatsch, will ich nicht. Das hier finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Machst du? Ne, will ich eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ne. Lucky Mushroom könnte ich mir überlegen. Die M-Disc ist eigentlich echt gut für das Deck hier, muss ich sagen. Von denen brauche ich auch nicht so viele. Data Copy. Brauche ich die Data Copy? Eigentlich nicht, ne? Partner Finder wäre halt eine Idee. Firespot, Recover, Change-Own Specialty, ne. Corruption Ray. Ja, die High-Speed-Disc vielleicht, aber eigentlich auch nicht so wirklich, weil wir wollen ja kontern. Digi-Diamond, was macht der? Ne, zwei Karten ziehen, wer will das schon. Special Digi-Wolf. Das ist eigentlich eine Top-Karte. Ähm, vor allen Dingen, weil die 20 DP noch gibt, ne. 20 DP sind echt... Ich eventuell sogar ein... Warte mal. Ich habe auch eine Warp-Digitation, aber da brauche ich den ganzen Kram. B-Digitation, D-Digi-Wolf, ne. Ich habe sogar nur eine Special. Okay, dann bleibt das jetzt so. Dann ist das jetzt unser neues Deck. Ich würde auch mal speichern, für den Fall, dass wieder irgendwas schiefläuft. Was er im Normalfall nicht tut, bloß wenn ich das eine Ding offen habe. Orgmon ist jetzt neu. Will Yoli noch irgendwas? Ne. Erlaube mich, mich vorzustellen. Mein Name ist Harkmon. Hi, ich bin Wolf. Ihr... Äh, genau jetzt, äh... Mari... Ähm... Poste. Äh. Gebe ich, äh, eine Arena, genannt Extra-Arena, in dieser Stadt. Hä? Wenn du möchtest, äh, bitte betritt meine Arena. Du wirst es nicht bereuen. Ob ich das bereue oder nicht, entscheide immer noch ich. Er hat halt ein grünes Deck, das ist gegen Dunkelheit doof, aber ich... Heute ist Polygon-Tag. Danke, dass du gekommen bist. All meine digitierten Level sind hier. Du könntest das die Harkmon-Arena nennen. Ich werde dich mit allem, was ich habe, treffen. Hm. Wie viel davon hältst du aus? Lass es uns so tun. Ja, Harkmon. Komm, zeig mir, was du hast. Benutz mein Dark Empire, weil Polygon-Tag und das andere ist langweilig zum Angeln. Ja, komm, jetzt gehen wir direkt aufs Ganze. Er auch. Ja, machen wir die Protect Grenade. Darkon-Kämpfe an. Ne, äh, will sonst nix. Oh Gott, boostet das seinen Angriff? Ja, und das Leben. Aber wir überleben es. Alles gut. Kerzen sprengen. So geht das. So, was genau war er, wenn man jetzt... Ja. HP um 100, regenerieren. Und dafür den anderen Kram machen. Ist ein bisschen doof, dass wir... ...sonst nicht viel machen können. Weil ich noch zu viele Handkarten habe. Aber er verteidigt sich nicht mal, das ist gut. Dann werfe ich das einfach weg. Damit wir während seinem Zug, äh, die Angriffskraft auf 0 senken können. So freut sich ein richtiger Roboter. Ein gutes Gardromon. Grüne sind halt immer schnell mit Digitieren. Aber es bringt ihm gegen uns auch nix. Moment, was hat er gerade getan? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Uns einfach grün angemalt. Ich glaube, es geht los. Dafür wirst du gesprengt. Ja, und jetzt können wir nicht mal Digitieren. Da, komm. Wir brauchen die DP. Ich würde ja gerne mal was anderes machen, aber... ...das ist halt das Einzige, was... ...wirklich irgendwas bringt. Ja, ist egal. Wir haben Erstschlag. Aber das Letzte, das Sprengen. Aber das Letzte, das Sprengen wir dann einfach. Da booste ich unser Leben und dann... ...dann explodieren wir. Dann machen wir den Vegeta gegen Buu. Dann ist vorbei. Sind so komisch die Nase von dem... ...von dem Salamon. Jetzt hat euch die mal aufgefallen. Die sieht irgendwie total komisch aus. Ich dürfte euch jetzt auch aussuchen, ob es eher ein... ...ein Vegeta gegen Buu oder doch eher ein Shaosu ist, was ich hier treibe. Ich weiß, er hat Erstschlag. Dementsprechend kriegen wir ihn wahrscheinlich nicht mal damit platt. Aber ich wollte es trotzdem machen. Bei den Gig. Doch, wir haben noch 800 Leben. Erst reingeplatzt. 3 zu 0 Sieg. Oh, ein Platinum Sukamon. Platinum Sukamon ist nur Champion? Moment. Platinum... Sekunde. Sekunde. Tatsächlich. Platinum Sukamon ist Champion. Ich dachte, das wäre Ultra. Mein Fehler. Dass mir so etwas passiert. Unglaublich. Du hast mich auf faire Weise besiegt. Aber das war nur der Anfang. Ich werde zu Aquilamon digitieren. Ich warne dich. Ich werde stärker sein. Ich werde nicht verlieren. Als Aquilamon bin ich unverwundbar. Denk nicht, dass es so leicht wird wie letztes Mal. Kannst du meine ersten Angriffe abwehren? Es ist Zeit zu kämpfen. Ja, komm. Wie gesagt, Polygon-Tag. Bleiben wir dabei. Ich brauche meinen anderen Stack nicht. Gegen erste Angriffe brauche ich es nicht. Ich bin doch direkt zu Yanmamon digitiert. Nee, noch brauche ich es nicht. Einen Schlag halten wir aus. Ich muss jetzt so ein bisschen resourcevoll hier sein. Sonst wäre das nichts. Solange es kein tödlicher Schlag ist, muss ich Ressourcen sparen. Ich habe ja auch diese leichten Lacks. Irgendwas stimmt gerade nicht. Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Aber ich habe gar nicht so viel offen. Oh, damit könnten wir ihn natürlich erledigen. Aber ihr könnt ihn nicht erledigen. Ja, komm, machen wir mal den Hot Squeeze. Ja, wir heilen ja sowieso. Wir geben seine ersten Angriffe, können wir uns nichts. Wir sind das Stingmon und wir sind stark. Wir haben theoretisch nur 230 Schaden von ihm. Dafür haben wir nicht geheilt. Oder sogar nur 130. Oh Gott, die Pfeife. Sekunde. Was hat die Pfeife nochmal gemacht? Die war doof. Oh, okay. Nee, die war doch nicht so doof, wie ich dachte, dass sie wäre. Ja komm, Spiking Strike. Dann haben wir ihn. Seine Angriffskraft senken wir auf 0. Gar nix kannst du. Dem seine erste Angriffe interessieren uns nicht, solange wir uns heilen können. Ich dachte, das wäre der letzte Stich. Aber irgendwie nicht. Wäre aber schade, wenn gar keiner seiner Angriffe der letzte Stich ist. Das fände ich super schade. Ich habe leider auch mehr als eine Karte auf der Hand. Wollen wir mal einen Mundshooter ausprobieren? Ich will jetzt einfach sehen, ob das der letzte Stich ist. Oder irgendwas, was wie letzter Stich ist. Ja, es boostet ihn. Will es halt einfach wissen. Das ist jetzt halt nur Neugier. Turbo-Pekka. Ja, okay. Jetzt bin ich zufrieden. Es geht in die richtige Richtung. Finde ich sogar irgendwie ein bisschen cooler als der echte letzte Stich. Und ich möchte mir verbitten, dass du mein Andromon ankratzt. Okay, ist ja gut. Habe ich jetzt halt nur 130 Schaden abgewehrt, aber 200 kriege ich noch. Weil er holt sich nicht den Erstschlag. Ja, selber schuld. Wer sich nicht den Erstschlag holt, kriegt von Andromon eine gewischt. Ja, und was will er damit? Also, seine einzige Chance war eigentlich zu digitieren. Ja, komm. Mach, was du willst. Explodier oder mach sonst was. Ich hau dich platt. Spiel es aus. Unser Andromon ist halt super. Solar Flare. Sieht aber cool aus. Aber das muss man ihm lassen. Aber ist halt nix gegen Andromon. Also, sorry, unverwundbar bist du als Aquilamon nicht. Unmöglich. Ich habe verloren. Werde das nicht akzeptieren. Kein Herumspielen mehr. Ich werde zu Halsmond digitieren und dich herausfordern. Werde zu Halsmond digitieren. Will dich nicht schlecht, wenn du verlierst. Weil das ist mein stärkstes Level. Was? Das ist schon das Letzte. Er wird nicht mal zu Shurimon. Ich bin enttäuscht. Gut. Aber hiermit geht es nächstes Mal weiter. Hier, lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Daumen nach oben. Tut mir leid, dass ich euch auf nächste Woche vertröste. Aber Halsmond ist nächste Woche dran. Also. Denkt dran, bitte wirklich Daumen nach oben da lassen und kommentieren. Weil das hilft mir immer enorm. Und das hilft dem Kanal. Und das Ganze lebt ja so ein bisschen von Mundpropaganda. Also wenn ihr irgendwen kennt, der Digimon mag, dann verweist ihn doch bitte auf mich. Gut Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.